Jo, ähm, hier bin ich wieder. Das Video, was ich gestern hochgeladen habe, in dem Video habe ich über die zweite Hälfte von 2015 gesprochen, was ich da geplant habe. Und ja, es wird auch eine große Nummer werden. Und ja, was irgendwie es euch gefällt, auf jeden Fall werde ich meine Freizeit mehr YouTube, Instagram, Facebook und auch Twitter widmen. Ich möchte halt, ähm, weiter aufsteigen, ähm, dass ich bekannt werde hier in Deutschland und dass halt alles, was ich auf den sozialen Netzwerke poste, gut ankommt. Weil zurzeit kommt ja gar nichts gut an. Ähm, ja, ich möchte auch erwähnen, dass ich, ähm, nach einer Zeit, oder dass ich auch anfangen werde, zuerst anfangen werde mit Parodien. Also mit Songparodien. Jetzt nicht irgendwelche Parodien, sondern ich werde Songs von den Lochis parodieren. Ähm, aber, ähm, mit einem ganz anderen Musikstil. Jetzt zum Beispiel Techno, ähm, Klassik, ähm, Hip-Hop oder so. Ich weiß aber noch nicht, weil ich werde es erst im Herbst oder auch im Winter machen. Ich weiß es nur nicht. Es tut mir leid. Ähm, bis dahin könnt ihr eure Wünsche äußern, was für Videos ich machen soll. Also, ähm, Videos über mich. Weil ich könnte auch ein Ich-Kläre-Auf-Video machen. Das wäre meine, ähm, erste Idee. Und, ja. Das war's erstmal von meiner Seite. Wie gesagt, ähm, schreibt mir eure Wünsche unten in die Kommentare. Und gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, das war's.